Und damit herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Far Cry Primal. Ja, und wir haben ein kleines Kätzchen. Ein schönes, kleines, starkes Kätzchen. Der uns auch noch happa-happa bringt. Aber das haben wir schon durchzupfen. So, wir wollten Fleisch sammeln und haben bis jetzt aber gerade mal eins. Schlechtes Jäger-Team ist jetzt. Nein, gar nicht wahr. Nordzehnern, wieso füten wir hier noch? Erschreckt mich nicht so. Nordzehnern. So, ähm. Keine Ahnung, was das immer soll. Okay. Weiß nicht, ob das gut ist oder ob das schlecht ist, hier durchzugehen. Hm. Äh, schlecht. Mammuts. Zu spät gesehen. Wir gehen hier lang. Der war doch eben da noch nicht, oder? Nein. Gut, wir gehen hier wieder hoch. Wir wissen da unten, nein. Ja, sonst müssen wir so nah wie möglich heranreisen. Eigentlich wollte ich es schaffen, ganz ins Dorf zu kommen, aber irgendwie ist die Beute hier nicht ganz so, wie ich es gerne hätte. Jetzt ist da oben ein Ranger-Ereignis. Oh Mann, komm mal her. Bleib mal stehen. So. Und, ich geh Gas. Juhu. Tüte die Anreise. Wir fangen die Anreise an. Ich geh mal weg, Fräulein. Ist das schon mal was von meinem gehört? Ohoho, wie geil, er tötet. Wie geil. Los, Bär. Zack, sind wir schon 60 mal. Drei Beutel Waffenrohstoffe und Nahrung werden täglich zum Belohnungslager geschickt. Nice. Wer schreit denn jetzt hier wieder rum? Irgendwelche U-Dums. Die bekämpfen sich mit... Ich weiß es nicht. Die kommen da nicht hoch. Mit was bekämpft ihr euch denn? Moment, wir können doch mit der Eule mal gucken. Wir haben doch Zeit. Mit den Sonnenläufer. Jawoll. Haba, haba. So, Plan ist, tötet sie, wir töten euch. So, den ersten Anmischung. Von irgendwem werden wir gesehen. So, er hat ihn getötet. Und jetzt werdet ihr euer blaues Wunder erleben. Nicht getroffen, scheiße. Dann gibt's Arschball. Was? Du Wichser. Schaumbaumlaufen So Ich greif Hä? Ich nehm und krieg ich hab ein fleißes Finger Muss ich das verstehen? Nein, muss ich nicht Jetzt hab ich wieder acht Haben wir wieder acht, okay Ja Du fress mal ein bisschen Leichen hier, los Guten Appetit, hau rein So, wir haben zehn Fleisch Wir können uns selber einmal heilen Oh, haben wir doch mal hier einen liegen gehabt Oh, wenn, da hinten Oh oh Mammut Da oben Wollte wo hoch und aus Und wir haben Achso, okay Wir heilen erst Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir da jetzt noch genug Fleisch haben Ich hoffe mal Ich hoffe mal Dass dem so ist So und hoch hier Was, wo? Langsam nervt ihr Klappen die sich denn schon wieder? Was ist denn hier los? Hier unten Hallo? Nu, ihr schrei Was ist denn das für eine Schnell... Ah, da Lass mich mal da ran was soll der scheiß ich treffe blöde potzern weißt du was ich hab da einen kleinen freund der kümmert sich ganz so gerne ja aus der entfernung kriegen wir sie nicht mehr das ist immer das problem dafür brauchen wenn lang wo wollte da uns gerade was zu verhältnis angreifen es kann doch nicht sein ausgeschaltet hallo ich will die pflanzen mitnehmen so kommen wir auch nie ab jetzt jetzt reicht es wir wollen hier schon seit mehreren folgen weg wir können nicht ins dorf reisen ich weiß nicht warum ja dann reise wir gehen können wir auch nicht okay können wir denn hierhin reisen nein nur bis hierhin ja gut dann müssen wir den rest laufen ich weiß auch nicht warum weshalb wieso aber dann machen wir das damit das spiel froh ist so wir packen uns gleich hin wir sind eh am ende es hat ein fleisch gekostet ich habe keine ahnung was das soll ich weiß es nicht wir ruhen uns aus vielleicht waren wir auch nicht mehr ausgerufen ich habe darauf nicht geachtet ganz ehrlich gesagt gerade aber okay vielleicht können wir dann gleich ins lager von hier aus reisen wäre doch auch ganz schön finde ich so und ausgerufen sind wir ja du bist schon ein tolles kätzchen schnellreise es lag daran Kirby hat mal wieder überhaupt nicht aufgepasst so geh mit kreis in die hocke um weniger entdeckt zu werden machen wir oft genug so Hallöchen hier sind wir doch auch schon wieder hier können wir jetzt ja auch drauf zugreifen Feuerstein sind wir glaube ich selber voll genau so jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken hier Schiefer brauchen wir momentan nicht haben wir selber genug Nordton finde ich ja super dass die das sammeln aber da ist jetzt eins von 50 500 drin und also die Materialien würde ich mir echt nur rausnehmen wenn wir dann auch wirklich so viel zusammen haben wie hier die zwei jetzt rausnehmen was bringt mir das dann haben wir vier wow also wisst was ich meine davon haben wir selber gerade 19 in der Tasche davon haben wir auch genug Tierfett haben wir voll wir haben so viel voll das ist das Problem und Hartholz habt ihr nicht ne Alterholz sind wir auch schon wieder voll wieso haben wir denn schon wieder so viel Alterholz Aua okay wir sollten mal Pfeile herstellen wir haben gut wieder was gesammelt so wird wirklich Zeit dass wir den neuen Bogen können Munition voll sehr schön was hast du denn zu erzählen wir hören uns mal in der Geschichte ein Nao Aua Winja Urusu Jan Ha Utila Man Sitzel Waida dann gut so hat und auch kann die okay sie hat ein neues Kind geboren und möchte dass wir einen Mondpilz also einen Pilfes Mondherz besorgen für den Geist dieses Kindes und zu finden ist der der den Höhlen da äh im dunklen sehr hell leuchten soll er hat den Beat gefunden und was möchtest du und kranke Bestien es gibt nur Tiere in der Umgebung die krank sind die die Wrenjas nicht verzehren können und wir müssen herausfinden was diese Bestien krank macht okay beide sind Mittel von der Schwierigkeit her die beiden werden wir auf jeden Fall machen ist ja hier die Hauptqueste darum kümmern wir uns sobald wir vom Bogen und allen her mehr haben einfach wir müssen auch die Hütten noch upgraden und 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 also wir können das jetzt von der Bevölkerungsdichte her aber natürlich jetzt wollte ich euch das gerade zeigen und achso hier ist der Stein es fehlen denn sowas wie Südhorn 45 Stück Südstein 30 Südstein seltene Hirschhaut und ich ich dann nicht so schnell gemacht das Upgrade also nur weil wir jetzt 60 Bevölkerung haben heißt das nicht dass wir jetzt von allen gleichen Massen leider haben so ich bin dafür wir machen erst die setzen Wegepunkt und gehen dann zu der und machen so zwei wieder auf einmal und machen so zwei wieder auf einmal wir machen immer noch genug wir sind wirklich gut dabei also zack ich weiß gar nicht haben wir eigentlich Fähigkeitspunkt oh wir haben schon wieder vier ähm ja Jäger Fähigkeiten sind natürlich auch interessant aber wir müssen momentan einfach mehr aushalten und jetzt wollte ich da mal gucken was wir so im Kampf haben Ketten Takedown ja wäre ganz cool aber Nahkampf ist jetzt momentan nicht so unsere Stärke vor allen Dingen einen Splitter haben wir momentan gar nicht hm haben wir haben wir haben wir erhalte einen Gesundheitsbalken du kannst maximal vier Gesundheitsbalken besitzen wir brauchen aber sechs Fähigkeitspunkte dafür ich hätte jetzt eigentlich gerne irgendwas gehabt was uns stell zwei Keulen statt eine Waffe also das ist jetzt nicht der Effekt von Nahrungsrezepten wirkt statt 60 jetzt 90 Sekunden Stelle zwei Köder das ist jetzt auch nicht so interessant ähm Stelle zwei das ist alles stelle einfach mehr her ja das ist jetzt nicht so eigentlich hätte ich jetzt gerne was womit wir ein bisschen teilweise gelehrte Gesundheitsbalken regenerieren sich selbst automatisch viel schneller und reduziert die Geräusche während des Sprintes und gehen massiv ok Sprinte endlos ohne langsamer zu werden die Sprintgeschwindigkeit wird dauerhaft erhöht bewege dich in der Hocke schneller halte Dreieck gedrückt um dich zu heilen während du im Sprint bist das ist gar nicht mal so schlecht haben wir gelernt das lernen wir jetzt auch einfach Sammelfähigkeiten finde beim Sammeln du durchsuchst Gegner automatisch während du einen Tagdown ausführst ok wenn du Pflanzen sammelst hast du eine höhere Chance seltene Pflanzenteile zu finden und hier für die Wiederbelebung einer gezähmten Bestie werden weniger rote Blätter benötigt ah finde beim Häuten die meisten Tiere ein Tierfett und eine Tierhaut mehr ja alles schöne und gut und alles auch interessant würde ich gar nicht beabstreiten aber ich hatte jetzt eigentlich mehr auf sowas gehofft wie von wegen erhalte deine Gesundheitsbereiche und du kannst maximal 6 Geburt und Gesundheitsbereiche haben this is nice äh du kannst diese Fähigkeiten nicht im Überlebensmodus ach sooo wir spielen ja einen höheren Schwierigkeitsgrad das ist das Problem ok wenn du einfacherer spielen würdest und nicht im Überlebensmodus könntest du auch noch höher das ist ja ganz schön faul ähm ja jetzt ist die Frage wie schnell muss man dafür aus dem Kampf sein stell 2 Pfeile statt 1 her das ist auch interessant würde ich jetzt aber nicht gerne mitnehmen momentan du erleidest weniger Schaden wenn du aus großer Hilfe leidest ähm halte beim 10 L2 gedrückt um Tiere zu markieren funktioniert bei Keulen, Bögen und Sperren auch gut er erhöht den Schaden den deine Waffen bei Tieren anreicht hat nett ach so da unten haben wir ja noch einen er leidet noch weniger Schaden durch Tierangriffe und gegnerische Nahkampf oh Gott den müssen wir haben weitere Heilungsmöglichkeiten findest du noch stell maximal du erleidest weniger Schaden durch Tiere hallo warum haben wir den noch nicht wenn du den Schaden durch den Feuer erleidest stell 2 Pfeile mal du bist nicht mehr auf Tierfighter angewiesen Alter komm zu uns wir wollen euch so ähm ja gut wir behalten das erstmal so ähm ich wüsste jetzt nicht was wir sonst gehen sollen ganz ehrlich gesagt und ich wollte jetzt nicht mit euch hier eine Folge komplett nur im Skillbereich sein unter den Fähigkeiten auch wenn sie natürlich ziemlich interessant sind also in meinen Augen müssten würde ich sie alle haben wollen natürlich Aua also gleich bist du fällig oh alle Kätzchen so was haben wir denn hier ähm hier machen wir mal Platz 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 keine Angst ist meiner Hä Hä gibt's weit gelaufen ja bin ich eindeutig ok so komm mit da hinten ist das wieder ja dann können wir auch wo wir da gerade bei sind ne diesen unbekannten Ort da vorne mal entdecken ich möchte mal wissen was das bitte ist bin ich schon ziemlich gespannt aber Freunde ja es ist wieder soweit ich verabschiede mich von euch bedanke mich recht herzlich dass ihr dabei wart dann freue mich doch ganz sehr wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder dabei seid bei Far Cry Prime bis dahin bedanke ich mich Ciao an woh bal hin der ein 2 2 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020